Für die, die 2019 nicht in Schmalfeld gewesen ist, Bier gab das jede Menge, für umsonst. Also selber schuld, wer nicht dabei gewesen ist. Und die Pokale, wie es sich gehört, kleiner Trecker, große Pokale. Und nicht umgedreht. Im Herbst vielleicht. Votagslaufen auch schon. Moin! Die haben aber ein Loch hier gebuddelt. Siehst du das? Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Stand auf Schmalfeld 2019. Prost. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020